Die Wissenschaft sagt zu viel CO2 in der Erdatmosphäre den Kampf an. Der Freiburger Geowissenschaftler Johannes Miucic erforscht, wie effektiv man aus der Luft zurückgewonnenes CO2 im Gestein und in Hohlräumen unter der Erde deponieren kann. CO2, also Kohlenstoffdioxid, ist ja bekanntermaßen ein Treibhausgas. Und um den Klimawandel zu verlangsamen, versuchen wir, das CO2 im Untergrund zu speichern. Untergrund bedeutet, dass man ein Rohr mit vielleicht 15 cm Durchmesser 2 oder 3 km tief in den Boden bringt. Durch dieses Rohr gelangt das CO2 nach unten. Das Reservoir an sich ist relativ porös, weil man viel Platz für das CO2 braucht und ist häufig aus Sandsteinen gemacht. So wie man das hier hinter mir sehen kann in den Steinbrüchen hier, feinkörnige, grobkörnige Sande, wie aus dem Spielplatz im Sandkasten ist da immer ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Sandkörnern und da bringt man das CO2 ein. Und dann, sobald das CO2 eingebracht ist, weil es leichter ist als das Wasser, das sonst in diesen Poren ist, steigt es innerhalb von diesem Sandstein auf. Und dort befindet sich ein Abdeckgestein, ein sehr undurchlässiges Gestein, zum Beispiel ein Tonschiefer oder ein Tonstein. Und durch diesen Tonstein kann das CO2 nicht durchfließen. Wichtig zu wissen ist, dass CO2 im Untergrund nicht in dem Zustand bleibt, wie wir es normalerweise kennen. Das ist jetzt nicht wie in einer Sprudelflasche, wo einzelne Gasbläschen im Wasser sind, sondern dadurch, dass man sich tief in der Erde befindet, ist der Druck so hoch, dass das CO2 nicht mehr als Gas vorhanden ist, sondern in einem überkritischen Zustand. Und das ist quasi wie eine Flüssigkeit und hat dadurch eine relativ hohe Dichte. Unter die Erde verbrachtes CO2 kann dort über lange Zeiträume bleiben, wenn man die Einfüllstellen gut abdichtet. Ich konnte zeigen, dass CO2 auch in Reservaren, die sehr ungünstig sind, wo es viele kleine Wegsamkeiten für CO2 nach oben gibt und CO2 an die Oberfläche entweicht, konnte ich zeigen, dass die Bilanz trotzdem positiv ist im Sinne vom Klimawandel, dass wir genügend CO2 im Untergrund speichern, auch wenn ein kleiner Prozentsatz von weniger als einem Prozent über tausend Jahre entweichen kann. Buntsandstein zum Speichern von CO2 findet man nicht nur unter den Kontinenten, sondern auch unter dem Meeresgrund. So bietet sich die Nordsee als attraktive Möglichkeit an, CO2 loszuwerden. Die Nordsee hat eine sehr gute Infrastruktur durch die jahrzehntelange Ausbeutung der Kohlenwasserstoffindustrie und die kann genutzt werden, um das Ganze in eine CO2-Speicherung umzuwandeln. Und diese ganzen Reservare, die mal Öl und Gas enthalten haben, könnte man wieder mit CO2 füllen. Wenn sich die CO2-Verpressung im großen Maßstab als erfolgreich erweist, sehen die Freiburger Forschenden als Option für die Zukunft, auch gasförmige Energieträger wie etwa Wasserstoff unter die Erde zu bringen, zur vorübergehenden Speicherung für eine spätere Entnahme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017